Es ist ja auch ein Stück weit ein irischer Abend heute. Und was darf nicht fehlen bei einem irischen Abend? Also Whisky in the Jar ist schon mal richtig gut, aber mir am meisten gefällt mir das erste Wort von dem Titel. Wir haben hier schon mal richtig schön im irischen Wasser stehen. Funktioniert auch gut. Aber wer auch immer das da hinten gerufen hat, das war eine entzückende Stimme, hast natürlich recht. Darf natürlich nicht fehlen. Und mit Whisky in the Jar in... Das ist der Gedanke daran, dass ich heute mit der Bahn nach Hause fahre, macht mein Hirn kaputt. Whisky in the Jar. As I was going over the far-famed Carrie Mountain, I met with Captain Fowl, and his money, he was counting. I first produced my pistol, and then produced my rapor. Saying, stand and deliver for me, for me, for me, for the senior mushroom. As I was going over the far-famed Carrie Mountain, inquiet, in the J.S.A.N.E.V.E.R.A.! Because of the daddy-o, because of the daddy-o, is the steeled Char. Quack for the day, oh, the whiskey in the jar. I went into my chamber, for to take me so long. I dreamt of golden shoes, and sure, of course, no wonder. When Sherry took my chants, and filled them up with water, and sent for Captain Fowl to be ready for the salt in my shoulder. Quack for the day, oh, quack for the day, oh, the whiskey in the jar. Quack for the day, oh, quack for the day, oh, the whiskey in the jar. It was early in the morning, before I'd used to travel. Out comes Amanda Fowl, like my scat's in peril. I'd have to use my pistol, for she stowed away my raven. And I couldn't shoot water, so the prisoner I was taking. My Sherry, da-ma-doo-da-ma-da. Quack for the day, oh, quack for the day, oh, the whiskey in the jar. And if anyone can aid me, it's me, brother, and they are. If I could learn to stay, shed in court, going to buy me. Then I can come and join me, me go roping in kitty-canning. I'm sure he's been forever held me down. I'm sour to jelly. Quack for the day, oh, quack for the day, oh, quack for the day, oh, the whiskey in the jar. My Sherry, da-ma-doo-da-ma-da. Quack for the day, oh, quack for the day, oh, the whiskey in the jar. �� and basaltsits culminate In the jar, I can come and wear me out there, I can tweet. And when the illustrator comes, O-H-O-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-UwU-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U! Jetzt ist es für uns viele Vers, für Katie, Micha und mich natürlich was ganz, ganz Besonderes, dass wir eine ganz tolle, multitalentierte, gutaussehende Lady unter uns haben, die uns eigentlich gar nicht so richtig braucht, weil sie hat nämlich einen, wie sie mal, so funktioniert es normalerweise. Wir haben Nora gebeten, uns ein kleines Stück mitzubringen, zwar von ihrem Solo-Projekt, das heißt One Violin Orchestra und das heißt so, weil sie braucht eigentlich keine anderen Musiker, um wirklich einen Saal zum Klingen zu bringen. Und das macht sie mit einem Gerät, also abgesehen davon, dass sie zahlreiche Instrumente spielt und bald auf Flöte. Hat sie ein Gerät hier vor sich, das nennt man Loop Station. Kennt ihr das? Ja. Eine Loop Station ist ein Gerät, was ganz viele Tasten hat und wenn man diese Tasten drückt und was rein spielt, nimmt das Gerät es auf und wenn man nochmal drauf drückt, kann es das dann einfach so oft, wie sie es will, ich sag, wie sie es will, auch so zu Hause, so wie sie es will, dann einfach wiederholen. Und davon hat sie mehrere Tasten und dann kann sie einfach Schritt für Schritt einfach mehrere verschiedene Instrumente spielen und am Ende entsteht ein Stück, was jetzt heute live entsteht und was nur sie kreiert hat. Ladies and Gentlemen, Murakko Drabinski, Aga, One Violin Artist. Vielen Dank. 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 Applaus Und Nora, ich habe gesehen, du hast CDs dabei, oder? Und unterschreibst du, oder? Ich küsse, du hast 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 du, oder?